Willkommen, willkommen zu einem nächsten Allianz-Krieg, wo der Knotenpunkt einfach nur Energieresistenz ist und wo wir einfach dementsprechend nur Dr. Doom gegen Black Widow nehmen. Es war einfach ein einfacher Kampf. Und zwar, das allerwichtigste ist, hier ist der Kampf ziemlich gut gelaufen, weil IKI sehr fair gespielt hat, Kabam auch nicht da geschummelt hatte, also man macht im Endeffekt Schock, dann macht man Torkeln, auch egal ob man Blutrauschimmunität hat oder nicht, also weil es ganz einfach ist, brecht man zurück aus, dann wieder Schock und wieder Torkeln und dann wieder in den meisten Fällen nochmal Torkeln, um, ja, zurückausweichen, dann nochmal Torkeln, um, oder SK3 habe ich hier gemacht, genau, um einfach die zu lehmen, die Black Widow und das war es eigentlich auch schon, denn wir sind mit dem Kampf zu Ende. Wenn dir das Video gefallen hat, abonnieren und liken nicht vergessen, denn, ja, würde mich natürlich freuen und, ja, viel Spaß noch bei den anderen Videos.